Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Dies ist ein Probevideo, das ich jetzt mache, das wird also nicht allzu lange dauern. Es geht darum, dass ich erstens im Moment auf meinen alten Laptop angewiesen bin, um Videos zu machen, da mein neuer Computer die Disk gecrasht ist vor ein paar Tagen, komplett. Ich hoffe, dass ich die Daten noch davon wiederbekommen kann und dass ich dann noch ein bisschen Geld zusammen bekomme, weil das ursprünglich mir gespendete Geld für den Computer ist natürlich vom Computer draufgegangen und jetzt brauche ich natürlich noch was, um den reparieren zu lassen, weil der Typ, von dem ich den habe, obwohl das eine Firma ist, war ohne Rechnung. Höre ich nicht, sehe ich nicht und naja. Ihr wisst ja, wie das ist in der Welt, das Antichristen. Da macht man alles richtig und kriegt trotzdem die Schuld. Aber das ist ja auch nicht weiter schlimm. Ich kriege das schon auf die Reihe. Nur ich habe so viele verschiedene Projekte, ich muss zwischendurch mal die Kamera checken hier, ich habe so viele verschiedene Projekte laufen, dass ich immer noch nicht genug habe. Dass ich immer noch nicht genug habe. Ich nehme noch eins dabei. Nun, der Punkt ist, auf meinem Hauptkanal, also Jogler66, den ihr ja alle kennt und wo dieses Video auch zuerst erscheint, da habe ich das Problem, dass ich all die ganzen Videos, die ich mache, nicht alle da hochladen kann. Weil ich möchte gerne die neuen Videos zwei, manchmal drei Tage stehen lassen, dass Leute auch die Gelegenheit bekommen, sie zu sehen. Hat ja keinen Sinn, viele Videos zu machen und dann hat keiner die Gelegenheit, sie sich auch gut anzuschauen. Also habe ich ja noch einen zweiten Kanal, den kennt ihr ja, Jogler's War on Disinfo. Ich blende den jetzt hier nicht ein. Ihr kennt den, gibt da übrigens, kann man ja eben mal machen hier, nee, kann man jetzt nicht machen. Mein zweiten Kanal, ich werde hier eine Karte, eine Infokarte reinmachen. Bei zwei Minuten bin ich jetzt ungefähr, ja, bei zwei Minuten mache ich so eine Infokarte dann rein. Und dann könnt ihr euch auf den Kanal da direkt abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und das ist neben dem zweiten Jogler66 Kanal, auf dem das tägliche Seelenbrot erscheint. Also das ist ein anderer Kanal, ne? Auf dem zweiten Kanal werde ich dann wohl die Videos hiervon veröffentlichen, weil ich auf meinem Hauptkanal die Geschichte der Inquisition im Mittelalter und englische Videos und jetzt erstmal die verborgene Geschichte der Jesuiten und so weiter hochladen will. Aber ich habe ein neues Projekt, das ich heute anfangen möchte. Halt auf dem Laptop. Und ich sage ein Versuchsvideo, weil ich nicht weiß, wie ihr die Lesung annehmt. Wenn sie gut angenommen wird, dann mache ich die Videos. Und wenn sie nicht gut angenommen wird, dann werde ich das auf die lange Bank schieben. Wir haben heute den 28. Februar. Und ich habe mir überlegt, ich werde dieses Video jetzt morgen am 1. März veröffentlichen. Und dann am Samstag die nächste Ausgabe von Die nächste Ausgabe von Die verborgene Geschichte der Jesuiten hochladen. Also ihr kriegt dann noch zwei deutschsprachige Videos dann diese Woche. Und ja, das Problem ist, das neue Projekt, das ich starten möchte, Das heißt, das ist ein Buch von Karl Theodor Griesinger von 1866. Und wie ihr hier sehen könnt, das heißt, Die Jesuiten, vollständige Geschichte ihrer offenen und geheimen Wirksamkeit von der Stiftung des Ordens bis jetzt für das deutsche Volk bearbeitet. Das ist der erste Band. Es gibt anscheinend zwei, vielleicht sogar mehr, aber ich weiß sicher von zwei Bänden. Ich habe aber nur den ersten. Also selbst wenn ich dieses Buch jetzt lese, den zweiten Band habe ich nicht. Es sei denn, jemand von euch kann mir den besorgen. PDF oder als Buch fest zum Lesen. Weiß ich nicht. Eine weitere Schwierigkeit mit diesem Video, mit dieser Lesung ist, dass es, wie ihr seht, in Frakturschrift ist. Und da bin ich natürlich nicht so gelehrt drin. Ich glaube, wenn ich das Buch durch habe, dann kann ich das wahrscheinlich gut lesen. Aber bis jetzt bin ich da immer noch so ein bisschen unsicher hier und da. Und der Punkt ist, dass ich das ja mit der OBS-Kamera aufnehme, dass ich also später nicht noch ein Video verarbeiten muss von der Lesung, sondern dass ihr das eben auch im PDF mitlesen könnt mit dieser Kamera. Nur die Kamera kann man nicht pausieren. Man kann normale MP3-Aufnahmen mit meinem Soundwave und so, die kann ich pausieren. Aber das hier kann ich nicht auf Pause setzen. Das heißt, wenn ich mich hier mal verspreche, dann hänge ich also wirklich. Und da kann man nicht ändern. Das ist nun mal so. Und mein Punkt ist, je nachdem, wie euch jetzt die erste Lesung gefällt und die Einleitung hierzu gefällt, gebt das dann bitte in dem Kommentar, die Kommentarsektion, die ich aufmachen werde, wo ich diesen Kommentar schreiben werde, bitte hier einen Daumen hoch. Wenn ihr das Buch gelesen und besprochen haben wollt, dann gebt ihr das bitte einen Daumen hoch. Und dann werde ich innerhalb von der Woche oder zwei sehen, wie die Reaktionen sind. Und wenn die dementsprechend sind, dann würde ich sagen, dann mache ich das. Aber ich lade eben dieses Buch dann nur auf dem zweiten Kanal hoch. Zumindest im Augenblick. Also im Augenblick habe ich sonst auf dem ersten Kanal viel zu viele Videos noch in der Wartereihe stehen und Projekte, die ich machen will, sowohl in Deutsch als in Englisch, dass ich da nicht mit klarkomme. Ich brauche den zweiten Kanal dafür. Nur da kriegen im Augenblick meine Videos 60, 70 Klicks. Und das ist ja nun auch nicht die Absicht, dass ich mich in so eine Buchlesung engagiere mit so einem interessanten Buch aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Das ist von 1866, falls ich das so nicht gesagt habe. Und dann möchte ich natürlich auch gerne haben, dass das ordentlich angeschaut wird. Nicht, weil es dann ordentlich viele Klicks erhält. Da geht es mir nicht darum. Mir geht es darum, dass viele Leute bitte schön diese Wahrheit auf diese Art und Weise eben auch lernen können. Und deswegen möchte ich natürlich auch gerne haben, dass das ordentlich angeschaut wird, wie meine anderen Videos auf dem Hauptkanal. Wenn die ein paar hundert Klicks haben, dann wäre es schade, wenn diese Buchlesung weniger bekommt, weil sie hat es sicherlich verdient. Vor allen Dingen, wenn ich mir überlege, welche Mühe ich mir mache. Nun, um mal zur Sache zu kommen. Von dem Theodor Griesinger habe ich im Internet nicht viel gefunden. Bild schon mal gar nicht. Ich möchte euch mal kurz eben vorlesen, was hier über ihn steht in Wikipedia. Er wurde geboren am 11. Dezember 1809 in Kirnbach und am 2. März 1884 in Stuttgart ist er gestorben. Und er war ein deutscher Schriftsteller und geistlicher. Meines Erachtens war er selbst Jesuit auch. Inwieweit kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe es mal gelesen. Auf einer anderen Seite irgendwo kann ich jetzt nicht sagen. Er studierte in Tübingen Theologie und deswegen ist es für mich auch ziemlich deutlich, dass er Jesuit war, weil die Universität von Tübingen ist Jesuiten kontrolliert. Und anschließend war er eine Zeit lang im geistlichen Amte tätig, also als Priester, widmete sich dann aber schließlich der Schriftstellerei. Er debütierte bei den beifällig aufgenommenen Silhouetten aus Schwaben. Er reditierte die Zeitschrift Der schwäbische Humorist und trat dann in eine Buchhandlung ein. Im Lauf der Märzrevolution 1848 gründete er das demokratische Blatt Die Volkswehr, verfiel einem Hochverratsprozess und musste zwei Jahre lang in Untersuchungshaft auf dem Hohen Astberg verbringen. Schließlich von den Geschworenen freigesprochen, wanderte er nach Nordamerika aus, kehrte aber 1857 nach Stuttgart zurück, wo er am 2. März 1884 verstarb. Nach der Rückkehr aus Nordamerika setzte Griesinger seine Schriftstellerei in Stuttgart fort, kam jedoch regelmäßig in Konflikte, wie 1860, als er in dem von ihm herausgegebenen Blatt Die schwäbische Hauschronik einen Roman über Jud Süß veröffentlichte, der aufgrund einer extrem antijüdischen Darstellungsweise und groben historischen Entstellungen heftigen Widerspruch in jüdischen Blättern hervorrief. Und das ist alles, was man in Wikipedia über den Mann lesen kann. Auch bildermäßig gibt die Suche nicht besonders viel her. Man sieht ein paar von seinen Büchern, seine sämtlichen belletristischen Schriften, auch das Buch, was ich jetzt hier lese, ist da wohl irgendwo mit zwischen, aber ein Bild von ihm selber, ich habe schon geguckt, das ist alles nicht er, ein Bild von ihm selber ist so im Internet nicht mal zu finden. Nicht, dass das jetzt besonders wichtig wäre, nur ist er immer schön, wenn man auch mal ein Bild von solchen Leuten hat. Habe ich hier also nicht. Gut, damit mache ich das hier weg und wir haben wieder das Logo von der Buchlesung hier im Griff. Das Buch hat 384 Seiten im PDF. Ich bin schon auf Seite 11, wo wir hier das Titelblatt lesen. Und ich muss runterscrollen, ich kann das nicht machen mit Seite runter, weil dann ist das PDF, dann muss das viel breiter sein, dann habe ich keinen Platz mehr für das Bild. Also der Titel nochmal hier, hier die Jesuiten vollständige Geschichte ihrer offenen und geheimen Wirksamkeit von der Stiftung des Ordens bis jetzt, dem deutschen Volk erzählt von Theodor Griesinger, Erster Band, Stuttgart Verlag von U. Kröner am 1866. Scrollen wir weiter nach unten und dann kommen wir zu einer Vorrede, die er geschrieben hat in Stuttgart im Oktober 1865, also 19 Jahre vor seinem Tod. Einen Bau gibt es in der Welt, zu dessen Vollendung nach Kräften beizutragen, jeder denkende Mensch verpflichtet ist. Ich meine den Bau der Aufklärung und geistigen Freiheit, ohne welche die materielle und reale Freiheit keinen Aufschwung nehmen kann. Einigen wenigen wurde von der Vorsehung die Kraft gegeben, einen ganzen Eckstein oder gar eine ganze Säule zu diesem Bau beizutragen. Und diese wenigen sind die Ritter des Geistes, von denen Heine singt. Allein wenn auch den Übrigen eine solche Stärke abmangelt, dürfen sie deshalb die Hände gänzlich in den Schoß legen. Haben sie ein Recht, total zu feiern, weil sie vielleicht nur imstande sind, Mörtel und kleine Steine zum Bau herbeizuschleppen? Ich sage Nein. Und von diesem Nein ausgehend habe ich mich an die Geschichte der Jesuiten gemacht. Möge das Buch wenigstens etwas weniges dazu beitragen. Die Bande des Aberglaubens und der geistigen Beschränktheit, in welchen noch so viele Hunderttausende gefesselt sind, wenn nicht abzustreifen, so doch zu lockern und zum Abstreifen vorzubereiten. Ein weiteres verlange ich nicht. Stuttgart im Oktober 1865. Der Autor Theodor Griesinger. Dann sehen wir hier die Inhaltsangabe. Die lese ich jetzt nicht ganz durch. Ist aber ganz interessant, vor allen Dingen, weil es am Anfang mit Loyola anfängt. Und das ist etwas, das habe ich schon mal veröffentlicht auf meinem Kanal unter dem Namen Teufelskind. Erstes Buch, der Anfang der Jesuiten oder der Heilige Ignaz von Loyola. Wer also mein Video noch nicht kennt, das er sich dann gerne mal anschauen sollte, würde ich vorschlagen. Von Teufelskind. Ich muss hier mal eben, ich nehme das hier eben mit bei. Ich habe das hier richtig gedruckt und das ist dann doch in diesem Fall ein kleines bisschen leichter zu lesen. Dann lese ich das jetzt von hier. Das Buch fängt also an über den heiligen Ignaz von Loyola. Der Teufel saß in der Hölle und krümmt sich vor Schmerz, weil der Mönch Luther sich gefasset das Herz. Einzugreifen in der Welt ein Ring und zu stürzen die alte Ordnung der Ding. Ist nicht genug, so heult er, dass es weithin schallt, dass die Arge sich wagt an die geistliche Gewalt. Muss er auch noch mein Eigenreich und Dominium sich erkühnen zu stürzen um und um? Bei meiner Großmutter er ist im Stand und erobert die Hölle, wenn ich ihm nicht eine größere Macht entgegenstelle. Doch wer hilft mir in dieser schweren Not, wo die Welt aus den Fugen zu gehen droht? So heult der Satan und schlug sich vors Hirn, das Blut gefärbt war, bald die schwarze Stirn. Da trat die Schlang zu ihm, ein altgiftig Tier, welch von Bosheit, Trug und List, der Bauch berstet schier. Und flüstert ihm leis ein paar Worte ins Ohr, der Teufel in seinem Innern nicht eins davon verlor. Aufsprange und erleichtert schwoll ihm die Brust und sein Auge leuchtet vor Wonn und Lust, neun Monate drauf, ein Weib einen Jungen gebar, das Name Don Inigo von Loyola war. So beginnt das Buch Die Jesuiten von Griesinger. Und wir lesen dann weiter im ersten Kapitel Ignaz von Loyola wird ein Heiliger. Wie gesagt, ich gebe mir große Mühe, diese Schrift zu lesen. Ich bitte bereits vorher um Verzeihung, wenn es mir nicht perfekt oder gut genug gelingt. Aber kann sich auch jeder das Buch selber im Internet runterladen und es selbst besser machen. Es ist eine Tatsache, auf welche nach der Ansicht alle Aufgeklärten die deutschen Ursache haben, nicht wenig stolz zu sein, dass fast sämtliche Mönchsorden von solchen, die zur romanisch redenden Rasse gehören, also von Franzosen, Italienern und Spaniern gegründet wurden, ohne dass die Deutschen nur den geringsten Anteil daran gehabt hätten. So verdankte der ehemals so außerordentlich verbreitete Orden der Benediktiner seinen Ursprung, dem heiligen Benedikt von Cursia, von Umbrien, einer Provinz Italiens, und alle aus diesem Orden hervorgegangenen Bruderschaften sind sämtlich von Welschen gegründet worden. Das Wort Welschik erinnert ihr euch vielleicht noch, das habe ich auch gebraucht, als ich Martin Luthers Buch gegen den Antichristen von 1545 gelesen habe, das ist im Grunde Italien, ja, Welschland ist Italien. So die Samalup, ja, da fängt es schon mal an, ja, Kamalup, Kamalup, Kamalbulenza, sage ich jetzt mal, deren Stifter der heilige Ronald aus dem Geschlechte der Herzoge von Ravenna war, während sie ihren Namen von der Abtei Kamal Kamal Doli bei Abrezzo in den Apenninen haben, wie auch immer. So die grauen Mönche von die Namen, echt, das ist, das normale Lesen geht ja noch, aber da hast du hier diese Namen, die grauen Mönche von Valambrosa, gestiftet von Johannes Gualambert, Abt von Valambrosa bei Fisole im Florentinischen. Ferner die Kartäuser, so genannt von der Einöde La Chartreuse, unweit von Grenoble, wo der heilige Bruno anno 1086 die ersten Klausen für seine Gesinnungsgenossen baute. Also Klöster sind das, ne? Weiter die Zölestiner, ins Leben gerufen von dem Einsiedler Peter de Mouronne, der anno 1294 unter dem Namen Zölestin der Fünfte den päpstlichen Thron bestieg. Dann die Zisterzinser, ins Leben gerufen von Robert, Abt von Citeor oder Citerzium. Endlich die Grandi Montaner, die Enlistriner, Enlistiner, ja, und wie sie alle heißen, ja, das finde ich auch, wie sie alle heißen, ja. In gleicher Weise verhält es sich mit den Augustinern, so wie überhaupt mit allen jenen Kongregationen, welche der Regel des heiligen Augustines, ihre Klöster einzurichten, als da sind. Die Prämonstratenser, also interessant, da gibt es jetzt eine Fußnote und die lese ich euch mal eben vor, weil ich dachte erst mal, die Prämonstratenser, habe ich das jetzt wirklich richtig gelesen? Ja, er schreibt hier in der Fußnote, oder es ist mir sehr wohl bekannt, dass dieser Orden, die Prämonstratenser, von einem geborenen Deutschen, dem Chorherrn Robert aus Xanten im Klevischen, der nachher wegen eines kirchlichen Eifers zum Bischof von Marburg und noch später sogar unter die Heiligen versetzt wurde, gestiftet worden ist. Allein zum ersten sind die Prämonstratenser nun eine Auflage der Canonici Regularis Sancti Augustini, welche bekanntlich im Weltschland das Licht der Welt erblickten. Zum zweiten lebte Norbert so lange in Frankreich, dass er nicht mehr deutsch, sondern rein französisch dachte und handelte. Zum dritten endlich geschah die Stiftung von Frankreich, äh in Frankreich, Entschuldigung, zum dritten geschah die Stiftung in Frankreich, nämlich im Sprengel des Bistums Laon, im Walde von Couch, auf einer vom Himmel selbst gezeigten Wiese, Prämonteré, von daher der Name Prämonstratenser, Prämonteré ist als Vorzeigen, und die Einwanderung der Ordensbrüder nach Deutschland erfolgte erst verschiedene Jahre später. Also, wir haben hier die weiteren Augustiner Klöster eingerichteten Orden, wie wir da haben, die Prämonstratenser, die Serviten, die Hieronymiten, die Jesuaden und die Karmeliter. Dass aber die Dominikaner, Franziskaner und Kapuziner nebst den Minimen, Minoriten und den sämtlichen Bettelordenapparat ebenfalls ein welches Gewächs sind, dürfte ohnehin den Leser längst bekannt sein. Mit einem Worte also, die Tatsache steht fest, dass die Kloster- und Ordensinstitute ihre ursprüngliche Heimat durchaus nur in Italien, Frankreich und Spanien zu suchen haben, und der Grund hiervon dürfte wohl nicht allzu schwer aufzufinden sein. Der Geist der Deutschen ist nämlich keineswegs sehr schwärmerischer Natur und lässt sich deshalb besonders auch in Beziehung auf die Religion nicht allzu viel von der Fantasie beherrschen. Mit anderen Worten, der Germane hat eine allzu kaltblütige, berechnende und überlegene Natur, als dass er sich so leicht gedankenlos entthusiasieren, entthusiasmieren ließe und neigt sich viel eher dem Grübeln und Forschen hin, weswegen auch, wie uns von Rom aus so bitterem Tone vorgeworfen wird, die Hauptketzerei nirgends anders woher als von Deutschland ausgegangen ist. Na, ausgegangen sei jetzt fast besser geklungen. Doch wenn man nun alle diese vielen Orden des Nähern betrachtet oder auch nur oberflächlich ihren Namen liest, muss da nicht oft, muss da nicht fast notwendigerweise die Frage entstehen, welcher von denselben etwa der beste, der vorzüglichste und der angesehenste gewesen sei. Diese Frage ist auch in früheren Zeiten vielfach erörtert worden, besonders unter den Ordensleuten selbst und das gab deshalb bekanntlich eine Masse von Streit, Eifersucht, Zwietracht und gegenseitiger Herabsetzung. Ja, sogar förmliche Kriege entstanden zwischen einzelnen Orden und ich brauche nur die im Rahmen der Thomisten und Skottisten, also Dominikaner und Franziskaner erstere Anhänger des Thomas von Aquino, den kennen wir ja, Thomas von Aquin, Doktor der römisch-katholischen Kirche, zwischen 1225 und 1274 hat er gelebt und letzterer des Duns Skottus zu nennen, um jede weitere Auseinandersetzung überflüssig zu machen. Lagen aber die Ordensmitglieder sich selber in den Haaren, wie viel weniger wird sich das Publikum, die Laienwelt über ihren mehr oder minder hohen Wert, ihre mehr oder minder große Trefflichkeit haben einigen können, besonders da auch noch die nationale Eifersucht der Franzosen, Italiener und Spanier untereinander dazu kam. Da traten aber mit dem 16. Jahrhundert zwei Ereignisse ein, welche dem Streit auf einmal ein Ende machten, nämlich einmal die Reformation und zum anderen die Entstehung des Jesuiten-Orens. Vor den aufklärenden Blitzen nämlich, welche die Reformatoren schleuderten, konnte das bisherige Mönchtum nicht mehr bestehen, sondern es sank vielmehr wie ein morscher Bau in sich selbst zusammen und all seine früheren Verehrer verwandelten sich auf einmal in Spötter und Verächter, wenn nicht gar in Hasser und Verfolger. Umgekehrt dagegen ward durch eben diese Reformation, das ist durch die Einsicht, die man bekam, dass die katholische Welt und das Papsttum ihre furchtbaren Schläge mit den bisherigen Mitteln unmöglich mehr abwehren könne, ein neuer Orden, ich meine den Jesuiten-Orden ins Leben gerufen, welcher als bald nicht bloß alle früheren mönchlichen Verbrüderungen total in den Schatten stellte, sondern der auch in einem einzigen Jahrhundert für sich alleine mehr leistete, als sie alle zusammen während der langen Zeit ihres Bestehens getan haben. Da muss man gar nicht mal groß kommentieren, das muss man wirklich mal gut verstehen. So mächtig und kräftig waren die Jesuiten von Anfang an, dass sie in einem Jahrhundert mehr Dinge erreicht hatten, als alle anderen vorher gegründeten katholischen Mönchsorden in der ganzen Zeit zusammengenommen. Alle Welt staunte den neuen Orden an und alle Welt, also Freund wie Feind, wurde darüber einig, dass die Jesuiten in Beziehung auf Macht, Einfluss, Ausbreitung, Reichtum und Herrschaft selbst das Unmögliche möglich gemacht hätten. Alle Welt wurde aber auch darüber einig, dass es nie, solange die Erde mit den Menschen bewohnt ist, eine Gesellschaft gab, welcher man mehr Niederträchtigkeit und Schlechtigkeit aufbürdete, als eben den Jesuiten. Ja, dass man ihnen Verbrechen und Schandtaten in die Schuhe schob, welche, wenn auch nur der zehnte Teil davon sich als wahr erwies, sie des Bestandes unter den Menschen ganz unwürdig machten. Kurz, jedermann bewunderte den außerordentlichen Verstand, die außerordentliche Tätigkeit und den außerordentlichen Organismus des Jesuitenordens. Aber nur zu aber nur zu viele gab es auch, die förmlich wie vor einem Gott sei bei uns zusammenschauderten, wenn man nur seinen Namen nannte, während umgekehrt andere in Lobeserhebungen über ihn ausbrachen, die in der Tat mehr als überschwänglich genannt werden müssen. So wurde im vorigen Jahrhundert, wir sprechen hier im 18. Jahrhundert, so wurde im vorigen Jahrhundert über den Jesuitenorden geurteilt und ganz dasselbe entgegengesetzte Urteil kann man auch heutzutage, da jener Orden in all seiner früheren Glorie wieder auferstanden ist, hören. Muss es nun aber unter solchen Umständen nicht von höchstem Interesse für jeden sein, etwas Näheres über diese Gesellschaft zu hören? Ist es nicht sogar Pflicht des Geschichtsschreibers das Volk mit der Wahrheit dessen, was an jenem Hasse so wie an jener Bewunderung ist, bekannt zu machen und in all die Heimlichkeiten einzudringen, mit welchen sich die Jesuiten von jeher zu umgeben wussten? Ich glaube hierauf unbedingt mit Ja antworten zu müssen und so will ich denn damit beginnen, dass ich dem Leser den Stifter des Ordens vorführe. Auch sein Vaterland ist, wie bei allen anderen Ordensstiftern Weltschland und zwar hat Spanien das aller katholischste sämtlicher katholischen Länder das Glück ihn zur Welt gebracht zu haben. Kurze Bemerkung von mir also ich kann hier zum Beispiel nichts highlighten also farblich unterlegen ich kann nichts kopieren ich kann keine Wortsuche machen das ist ein fotografiertes PDF seht ihr dass die Farbe sich ändert wenn ich einmal drauf klicke ich möchte aber kurz auf diesen Satz eingehen den er hier sagt auch sein Vaterland ist wie bei allen anderen Ordenstiftern Weltschland und zwar hat Spanien das aller katholischste sämtlicher katholischer Länder das Glück ihn zur Welt gebracht zu haben ja die Leute denken oftmals Italien ist das meist katholische Land in Europa nein 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 es ist Spanien es gab kein katholischeres Land als Spanien das ist heute auch noch so das ist ur katholisch das ganze Land ist im Grunde wie Bayern Bayern ist ja auch ur katholisch war niemals protestantisch und hat sogar noch bis ins späte 16. Jahrhundert Leute getötet wenn sie im Besitz einer Bibel in ihrer eigenen Sprache waren ja auch verstehe ich jetzt hier ein bisschen besser was das Weltschland ist das ist also nicht nur anscheinend Italien sondern mit Weltschland wird anscheinend alles südlich der Alpen betitelt also das wäre natürlich Italien auf der anderen Seite auch Frankreich und Spanien gehört da anscheinend auch mit so bei dieser Bedeutung das war mir bekannt ich dachte dass es hauptsächlich Italien war aber interessant ist ja der Satz hier auch sein Vaterland also von Ignatius Loyola dem Stifter des Ordens der Jesuiten ist wie bei allen anderen Ordensstiftern Weltschland und zwar Spanien das allerkatholischste sämtlicher katholischer Länder das Glück ihn zur Welt gebracht zu haben in der baskischen Provinz Guipuzga nämlich zwischen den zwei kleinen Städten Azquitia und Azpita erhob sich in frühen Zeiten ein stolzes Ritterschloss das von der hochadligen Familie welches es seit dem 13. Jahrhundert angehörte den Namen Loyola führte und auf diesem Schlosse den Stammsitz seiner Ahnen residierte am Schlusse des 15. Jahrhunderts der Ritter Bertram des Peres Sohn Herr von Loyola und Ogne wie man oder wie man es auch schreibt Onate zur Gemahlin hatte er die Donna Mariana Faes de Licona und Balba so geheißen weil ihr Vater der Ritter Martin Garcia de Licona und ihre Mutter die Marquise de Balba war Alleine trotz dieses sehr erhaben klingenden Titels scheint ihre Mitgift keine allzu große gewesen zu sein und somit befand sich Ritter Bertram der von Haus aus außer den genannten beiden Schlössern Loyola und Ogne nebst den sie umgebenden Gütern ebenfalls nichts besaß in keineswegs sehr glänzenden Vermögensverhältnissen So bevor wir jetzt weiterlesen möchte ich nochmal eben zurückgehen auf den Anfang in diesen Absatz den ich vorgelesen habe es steht hier in der baskischen Provinz Guipurska zwischen den zwei kleinen Städten und so weiter in früheren Zeiten das von der hoch adeligen Familie hört gut zu jetzt die ganzen Leute die mir immer schreiben von Loyola waren Krypto Jude das ist überhaupt nicht wahr es ist ein Stunken unterlogen es gibt ein sehr schönes Video von dem YouTube Kanal Jesus wie heißt der Run to Christ seht ihr hier Run to Christ hier ist der Kanal ich bin auf den abonniert ich gehe da mal kurz rauf könnt ihr euch den anschauen während der Lesung hier auf dem Kanal gibt es ein sehr sehr gutes Video ja anscheinend wird das hier jetzt in letzter Zeit anders dargestellt wenn man auf den Kanal hier geht der hat ein ein Video gebracht über die Krypto hier Superior General of the Jesuit Order Ignatius of Loyola is a Krypto Jew debunked 2017 das Video ist inzwischen knapp 4000 mal angeschaut gewesen ich habe selbst sicher 4-5 mal geguckt und hier gibt es auch noch ein zweiteres The Purity of Loyolas Blood The Jews and the Jesuits also die Reinheit von Loyolas Blut und da zeigt er aufgrund geschichtlicher Dokumente ganz deutlich auf dass Ignatius von Loyola kein Krypto Jude war also kein bekehrter Jude zum Katholizismus sondern eben und das ist genau das was hier der Schriftsteller das wollte ich jetzt gerade sagen der Autor Griesinger auch sagt dass die Familie seit Jahrhunderten seit dem 13. Jahrhundert dem Adel in Spanien angehört und die den Namen Loyola führten und aus diesem Schlosse von da her kommt er also wenn mir noch eine wenn sich da noch einer für hergibt mir da irgendwelche Kommentare zu schreiben über von das ist alles nicht wahr die Juden regieren den schmeiße ich direkt vom Kanal ich hab da kein ich hab da wirklich keinen Bock drauf auf diese Lügen ja ich mein in der Bibel gibt es mehr als genügend Beweise dafür wo ganz deutlich dasteht dass Rom regiert am Ende der Zeit natürlich macht sich Rom gefügige Juden hier und da ähm äh untertan also nehmen die nehmen die irgendwelche Juden mit auf um zu sagen von ja dann macht ihr halt die Arbeit für uns ist ja auch schön genau wie Tapasorci gesagt hat mit den Rothschilds die Rothschilds sind ja in der jüdischen Enzyklopädie aufgeführt als die Hüter des Vatikan Schatzes schreibt Tapasorci in seinem Buch doch selber wer würde denn bitteschön eine alteingesessene jüdisch-orthodoxe Familie davon verdächtigen die Schätze des Vatikan zu hüten niemand ja und wenn man die Juden dann nach vorne stellt weil die in den Medien groß sind wie zum Beispiel Rupert Murdoch der ja wohl auch ein Jude ist der ist aber auch ein Malteser Ritter und ein Ritter vom Orden von Gregory also Gregorius Papst Gregorius von dem Orden und andere Orden ähm diese ganzen Juden sind immer auf eine oder andere Art und Weise liiert mit Rom sei es über Freimaurerei die an der Spitze von Jesuiten kontrolliert wird oder sei es über päpstliche Ritterorden die an der Spitze kontrolliert werden von den Malteser Rittern die kontrolliert werden von den Jesuiten also natürlich gibt es hier und da Juden die eine wichtige Rolle spielen das streite ich gar nicht ab aber die Juden selber haben keine Macht für sich Daniel Kapitel 2 die Figur dieser Metallmensch Kopf aus Gold Schultern aus Silber Schultern und Arme aus Silber Bauch aus Bronze und Beine aus Eisen und Füße aus Eisen gemischt mit Ton das war ganz deutlich das waren vier Königreiche die ab der Zeit von der babylonischen Gefangenschaft der Juden die Welt regieren Babylon Medo-Persien Griechenland und Rom und Rom regiert auch noch wenn Jesus zurückkommt sieht man ja in Offenbarung Offenbarung 17 die Frau auf dem Tier das Tier ist der Vatikan das ist der Staat die Nation und die Frau ist die Kirche die römisch-katholische Kirche und Jesus wird sie und den Antichristen vernichten steht drin 2. Thessalonika können wir uns ja gerne mal eben anschauen ich wollte jetzt eigentlich gar nicht abweichen aber gehen wir doch mal eben in 2. Thessalonika und dann Kapitel 2 Vers ab Vers 3 da wird es ja interessant lasst euch von niemandem verführen in keinerlei Weise denn er kommt nicht also Jesus es sei denn dass zuvor der Abfall komme und offenbart werde der Mensch der Sünde und das Kind des Verderbens der da ist ein Widerwärtiger und sich überhebt alles was Gott oder Gottesdienst heißt also dass er sich setzt in den Tempel Gottes als ein als ein Gott und gibt sich vor er sei Gott gedenkt ihr nicht daran dass ich euch solches sagte da ich noch bei euch war und was es noch aufhält wisset ihr dass er offenbart werde zu seiner Zeit denn es regelt sich schon bereits die Bosheit heimlich ohne dass der es jetzt aufhält Cäsar muss hinweg getan werden und als dann wird der Boshaftige offenbart werden welchen den Herr umbringen wird mit dem Geist seines Mundes und wird sein ein Ende machen durch die Erscheinung seiner Zukunft hier steht es ganz deutlich drin man muss zweite Thessaloniker 2 natürlich so verstehen wie es geschrieben ist das heißt Paul schreibt zu den Thessalonikern gedenkt ihr euch dass ich das sagte als ich noch bei euch war dass was es noch aufhält dass er offenbart werde zu seiner Zeit denn es regelt sich schon bereits die Bosheit heimlich ohne dass der jetzt aufhält muss hinweg getan werden wer hält denn jetzt auf in der Zeit als Paulus diese Briefe schrieb wir sprechen hier über die Mitte des ersten Jahrhunderts damals hat Rom regiert Rom regierte durch die verschiedenen Kaiser in der Zeit Nero zum Beispiel ja das war einer der Kaiser der in der Zeit regiert haben und Paul sagt hier ganz deutlich der es jetzt aufhält muss hinweg getan werden wir sprechen dort über die Regierung des Antichristen der Antichrist regiert die Welt wer regiert denn die Welt davor Rom der Kaiser der Kaiser von Rom hat die damals bekannte wichtige sagen wir mal Welt regiert und wenn der Kaiser weg ist dann kommt ein anderer und das ist der Antichrist das ist hier ganz deutlich beschrieben da gibt es überhaupt keinen Zweifel dran und der wird so lange regieren das steht hier ganz deutlich im zweiten Thessaloniker 2.8 welchen der Herr umbringen wird da sprechen wir über Jesus Christus mit dem Geist seines Mundes und wird sein ein Ende machen also sein dem Antichristen ein Ende machen durch die Erscheinung seiner Zukunft wenn Jesus Christus wiederkommt ganz einfach ob euch das jetzt gefällt oder nicht der Papst ist der Antichrist ich bleib's wiederholen und wenn das meine letzten Worte sind die ich jemals in meinem Leben äußere der Papst oder das Büro des Papsttums das Amt des Papsttums der römisch-katholischen Kirche war ist und wird bis zur Wiederkunft Jesus Christus immer der biblische historische also geschichtliche und prophetische Antichrist sein und bleiben wer das nicht versteht aus der Bibel heraus wer der Zukunftslüge oder der Präteristenliege der Jesuiten unterliegt dem kann ich nicht mehr helfen ich habe es oft genug gesagt und zusammen mit dem Nicht Verstehen wer der Antichrist ist kommt eben auch oftmals immer diese Unterstellung die Juden regieren die Juden haben so viel Macht ja natürlich sind da viele Juden die viel Macht haben warum sie haben die Macht die Rom ihnen gibt sonst haben sie keine Macht und Rom hat auch nur die Macht die wir ihm geben wenn morgen kein Mensch mehr den Antichristen unterstützen würde sondern ihn sehen würde für was er ist und jeder Mensch auf einmal sich bekehren würde und ein Folger Jesus Christus und der Bibel sein würde dann könnte der Papst morgen den ganzen Tag seinen Finger lutschen der hat überhaupt keine Macht mehr er hat nur die Macht die wir ihm zugestehen die wir ihm geben ja und die Juden haben nur die Macht die 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 Römer ihnen geben so einfach ist das und natürlich gab es Krypto-Juden und Marano-Juden und diesen ganzen ich will das ja gar nicht abstreiten das ist der Punkt gar nicht und Leines der Nachfolger von Ignatius von Loyola war ein Krypto-Jude in der Hinsicht dass sein Großvater sich bekehrt hat vom Judentum zum Katholizismus also also er war bereits in der dritten Generation Katholik ja sein Großvater bekehrt sich eine Generation sein Vater war Katholik und er selber war Katholik also in der dritten Generation Katholisch sprechen wir wirklich noch über Blutlinie wenn wir Matthäus 1 gelesen haben Matthäus 1 Kapitel dann wissen wir dass Blutlinie aufhört zu existieren oder nicht aufhört zu existieren aber keine Berücksichtigungsberechtigung mehr hat nach der Geburt Jesu Christi weil die ganze Zeit wo wir im Alten Testament sprechen über Blutlinie da geht es ja nur darüber um da sicher zu stellen dass der Same aus Genesis 3 Vers 15 Jesus Christus ist und dann lest ihr das erste Kapitel von Matthäus und da haben wir dreimal 14 Generation von Abraham auf Mose von Mose auf David und von David auf Christus glaube ich wenn ich es jetzt auswendig richtig sage waren dreimal 14 Generation und das führte dann zu Josef der mit Maria zwischen Anführungsstrichen verheiratet war er war ihr Verlobter und Maria hat im Schutze des Verlobens Seins des Verlobseins mit Josef vom Heiligen Geist empfangen und Jesus Christus als Jungfrau zur Welt gebracht und hat danach mit Josef ganz normalen geschlechtlichen Verkehr gehabt und hat noch Brüder und Schwestern geboren für Jesus Christus er hatte mindestens zwei Schwestern und vier Brüder das geht aus der Bibel ganz deutlich hervor sie war also nicht die ewige Jungfrau die in der römisch-katholischen Kirche gerne gemacht wird ihr müsst wenn ihr solche Dinge verstehen wollt die Sichtweise der römisch-katholischen Kirche ablegen ihr müsst wenn ihr solche Dinge verstehen wollt alle Sichtweisen ablegen außer die aus der Bibel und dann nimmt man die biblischen Prophezeiungen und wir heute in 2018 haben das Glück dass wir zurück schauen können auf die ganze Geschichte und wir können dann sagen die und die und die Prophezeiung hat sich da und da und da in der Geschichte erfüllt wie zum Beispiel 1260 Tage Regierendes Antichristen zwischen 538 und 1798 oder 606 bis 1866 wie auch immer man das sehen will da mache ich ja nun keine Erlösungsfrage von wie warum man das sehen will man muss sich nur bewusst haben von der Falschlehre der sieben Tags Adventisten in der Hinsicht also es gibt nicht es gibt den Satz fange ich jetzt falsch an Ignatius von Loyola war kein Krypto Jude seine Familie kommt aus einem Geschlecht das seit dem 13. Jahrhundert bereits ein Adelsgeschlecht in Spanien war und damit denke ich komme ich jetzt hiermit zum Ende dieses Punktes wird das wieder doch ganz schön lange hatte ich gar nicht geplant fahren wir fort umso fruchtbarer war es um den Acker der Liebe bestellt denn das zärtliche Ehepaar bekam nach und nach elf Kinder sieben Söhne und vier Töchter und der jüngste der Söhne welcher anno 1491 also acht Jahre nach der Geburt Luthers zur Welt kam erhielt in der Taufe diese wurde in der Kirche des heiligen Sebastian de Corazur im Städtchen Azpeita vorgenommen den Namen Don Inigo oder Ignatius Don Inigo oder Inigo war sein Taufname aber Ignatius war sein angenommener romanisierter Name Don Inigo Lopez de Riccalde diesen Don Inigo aber war es bestimmt der Stifter des berühmtesten und zugleich berüchtigsten Ordens den es je gegeben hat zu werden wir gucken was steht hier in der Fußnote drin wir haben da gesehen über die elf Kinder da ist eine kleine Fußnote ich habe das ja auch noch nicht gelesen aber wir sehen was da steht einige Biografen nehmen an es seien 14 Kinder neun Söhne und fünf Töchter gewesen aber aufbewahrt wurden nur die Namen von Elfen und diese waren folgende das lese ich jetzt nicht alles durch also entweder bekamen seine Kinder elf seine seine Kinder seine Eltern elf Kinder oder 14 Kinder das spielt keine Rolle auf jeden Fall bekamen sie Don Inigo de Riccalde und der war eben der Gründer der Jesuiten das ist schon schlimm genug übrigens lese ich auch noch ein Buch demnächst wenn ich jetzt doch schon mal eben dran bin kann ich euch das auch eben mitteilen habe ich hier meine Bücher das Leben und die Memoiren von Scipio von Ricci Scipio von Ricci ist euch vielleicht ein Begriff der Name Ricci Lorenzo Ricci der General der Jesuiten zum Ende des 18. Jahrhunderts in der Zeit wo die Jesuiten verboten wurden vom Papsttum so gesagt und der Scipio von Ricci ist der Sohn eines Mannes der also sein Vater war der Neffe von oder Cousin von Lorenzo Ricci ja und der ist der Sohn davon und der war ein Bischof in Italien in Welschland von Postia Bischof von Pistoia und Prato Reformator des Katholizismus in Toskana unter der Regierung von Leopold das Leben und die Memoiren von Scipio di Ricci das sind vier Bände ich habe den ersten als gedruckte Version hier die aber leider qualitativ sehr mies ist kann man genauso gut das PDF lesen ich habe alle vier Bände als PDF und das möchte ich in der Zukunft wahrscheinlich auch lesen alle vier Bände das Leben und die Memoiren des Scipio di Ricci könnt ihr euch ja sonst auch selbst mal runterladen und drum bemühen und selbst nachforschen auch sehr interessant was der über die Jesuiten alle zu sagen hat aber gut nicht zu weit abschweifen lesen wir hier weiter diesem Don Inigo aber war es bestimmt sagte Autor der Stifter des berühmtesten und zugleich berüchtigsten Ordens den es je gegeben hat zu werden Don Inigo zeigte schon als Knabe ausgezeichnete Anlagen allein sie wurden leider nicht weiter ausgebildet denn man hielt es nicht für nötig ihm in den Wissenschaften mehr beizubringen als die Kenntnis des Lesens und Schreibens seiner Muttersprache umso mehr verwandte ein verwandte ein in Arevalo in Usta Kastilien also in Kastilien ansässiger Oheim also ein Onkel bei dem er den größten Teil seiner Knabenjahre verlebte darauf ihn im Fechten und Reiten sowie im Tanzen und Mandolinespielen unterrichten zu lassen und hierin brachte es der junge Inigo in der Tat sehr weit mit 14 Jahren schaffte ihm schaffte ihm Don Antonio Mariques Herzog von Rarera und Gran von Spanien ein weitläufiger Verwandter der Familie Loyola eine Stelle als Page an dem Hof Ferdinands und Isabellas und hier in dieser ebenso glänzenden als wollüstigen Luft erhielt er seine letzte Kavaliersausbildung das heißt er lernte den Damen Liebeserklärungen machen wohl verstanden aber in Briefe in Briefe na Entschuldigung wohl verstanden aber in Werke Gebrech gedrechselte und zur Mandoline gesungene Liebeserklärungen okay und wenn ein Ehemann Bruder oder Bräutigam eifersüchtig wurde so war er gleich bereit seine nächtlichen Serenaden mit dem Schwert in der Hand zu verteidigen also wir lernen jetzt gerade hier dass er durch einen Onkel an den spanischen Hof gebracht wurde wo Königin Isabella und König Ferdinand Spanien regierten die übrigens die spanische Inquisition eingeführt hatten damals die übrigens die Auftraggeber ja ähm zwischen Anführungsstrichen Auftraggeber von Christoph Kolumbus waren ja ein Jahr nachdem Inigo geboren wurde 1492 hat Kolumbus ja die Vereinigten Amerika sozusagen entdeckt er wurde ja losgeschickt um das zu erobern für den Papst lesen wir in Code Word Babylon ähm und worauf ich jetzt hinaus wollte ist dass dieser Onkel ihn also an den spanischen Hof gebracht hat und er da seiner ganzen Wollust seinen Lauf ließ was heißt denn das er lernte bei den Damen Liebeserklärungen machen in ganz einfachen Bibeldeutsch heißt das er hat Unzucht betrieben ja da war er ganz groß drin und wehe einer der Ehemann Brüder oder Bräutigam wurde eifersüchtig dann hat er gleich sein Schwert gezogen also kurz sagt der Autor er trieb's wie es andere seines Alters und Standes auch trieben und galt für einen zwar sehr eitlen hochmütigen heftigen und sogar exzentrischen aber auch zugleich für einen sehr artigen wortgetreuen mutigen und aufopferungsfähigen Kameraden dazu hin war er von Person her wohlgebildet er hatte eine breite offene Stirne feurige Augen eine schöne römische etwas gebogene Nase eine frische Gesichtsfarbe und einen ebenmäßigen kräftigen obwohl nicht über mittlere Größe hinausgehenden Wuchs und was Wunder also wenn er bei dem weiblichen Geschlechte viel Glück machte ohne deswegen bei den Männern unbeliebt zu sein nachdem er nun übrigens verschiedene Jahre mit solchen Tänzeleien zugebracht und sich den Ruf eines äußerst feinen Caballeros verschafft hatte kam er doch endlich zu der Einsicht dass ein solches Leben ein planloses sei und vom heftigsten Ehrgeiz erfasst beschloss er sofort Kriegsdienste zu nehmen um sich die Stirne mit Lorbeerkränzen umwinden zu lassen auch diesmal wieder nahm er sich nahm sich der Herzog von Rarera seine an und er rückte deshalb bald zum Offizier vor also mit anderen Worten Ignatius von Loyola stieg ins Militär ein und ist durch Vitamin B gleich Offizier geworden auch nicht viel anders als heute diese Auszeichnung aber wusste er sich in lediglicher Beziehung würdig zu machen denn er gab nicht bloß immer sobald es zum Kampfe gab die glorreichen Beweise eines mutigen Herzens und einer streitbaren Hand sondern er suchte sich auch in seinen Musestunden theoretisch in der Kriegskunst auszubilden und deren Regeln systematisch zu studieren doch darf ich dabei auch nicht verhehlen dass er nach echter Ritterart in den Winterquartieren bei der Galanterie ganze Tage widmete und sich den Armen der Liebe für die Beschwerlichkeiten der Sommerfeldzüge schadlos zu halten suchte so verlebte er abermals so verlebte er abermals verschiedene Jahre und da es schon ziemlich bald zum Kapitän brachte so durfte er kühnlich hoffen dass seine anerkannte Bravur ihm mit der Zeit den Rang eines Generals verschaffen müsse umso mehr als es damals viel Kampf und Streit gab da der Nachfolger Ferdinands und Isabelins Karl V das ist unser berühmter europäischer unser deutscher Kaiser der gleichzeitig ja Luther das Leben so schwer gemacht hat der Karl der Fünfte zugleich Kaiser von Deutschland mit Franz dem Ersten von Frankreich um die Oberherrschaft von Europa Rang allein nun sollte ein plötzliches ungefähr allen diesen glänzenden Aussichten mit einem Male ein Ende machen also ein plötzliches ungefähr das heißt also ein plötzlicher Unfall ein Ende machen weil das lesen wir dann weiter in Loyolas Geschichte was dann passiert aber ich bin jetzt schon bei 52 Minuten angekommen und ich bin hier oben am Anfang einer Seite die ziemlich weit noch geht also ich lasse das hier ich belasse das Video hier ich habe ja auch einige Kommentare gesetzt und alles drum und dran also ich hoffe ihr seid mir nicht böse ich werde jetzt die Lesung hier verlassen auf welcher Seite waren wir jetzt schauen auf 27 von 384 eine schöne Einleitung wir haben etwas gelernt über Ignatius von Loyola wir lernen noch weiter weil jetzt lernen wir über sein Unglück wo er sich also die Kanonenkugel eingefangen hat das werde ich dann nächstes Mal lesen wie gesagt wenn ihr in dem Kommentar Daumen hoch gebt und wenn ihr euch abonniert auf meinen zweiten Kanal wo ich dann diese gesamte Lesung hochladen werde das wird nicht um die zwei Tage neues Video sein wie es auf dem Hauptkanal ist aber regelmäßig werde ich da diese Lesung hochladen ich möchte halt auch dass da genügend Leute sich das anschauen und das eben davon lernen deswegen mache ich diese Videos ja ich mache das nicht zu meinem Ruhm aber wenn man in dieser Welt den richtigen Verstand haben will wie man mit dieser Welt umgehen muss da muss ich verstehen was die Jesuiten für ein Orden sind und welch besseres Buch in Deutsch im Augenblick als das von Griesinger in Englisch lese ich das nicht das Buch gibt es auch in Englisch könnte ich auch in Englisch gelesen haben nein ich lese das Spezial von meinen deutschen Brüdern und Schwestern weil in Englisch lese ich mit Brett Norman im Augenblick Code Word Babylon von P.D. Stewart das sind zwei Bände von jeweils 520 Seiten also knapp über 1000 Seiten wir haben bis jetzt 40 Aufnahmen davon gemacht und das ist für die englischen Zuschauer dass die über die Jesuiten noch mehr von Babylon nach Rom von Hislop das Buch in der Zukunft mache ich auch das Buch von Rolf Woodrow in Deutsch mit der Babylonischen Mysterien Religion wie das in Deutsch heißt was ich auch schon in Englisch gemacht habe bringe ich auch noch in Deutsch aber ich wollte jetzt das Griesinger Buch einschieben weil das hat mich angesprochen es hat mich interessiert mich fasziniert dieses Buch von Griesinger von 1866 zu lesen und das mit der Frakturschrift im Großen und Ganzen komme ich damit ganz gut klar es ist nur hier und da wenn da irgendwelche Ortsnamen oder Eigennamen sind da habe ich dann Schwierigkeiten mit aber wie gesagt wenn ihr damit leben könnt und ihr gebt das einen Daumen hoch dann werde ich weitere Lesungen hiervon produzieren und wenn nicht dann werde ich das für mich selber lesen weil ich muss mich ja selbst auch immer ein wenig weiter bilden so das war's für den Augenblick danke ich fürs zuhören fürs zuschauen ich danke für eure hoffentlich positiven Kommentare in der Sache ihr könnt mich immer angreifen wenn ich in der Sache irgendwas verkehrtes sage aber solange ich die Wahrheit sage akzeptiere ich nicht wenn man mir mit irgendwelchen Lügen abkommt also enthaltet euch mit Kommentaren über die Krypto Juden und diesen ganzen Blödsinn da muss ich nicht von wissen das weiß ich selber die Bibel sagt unter anderem auch in Lukas glaube Lukas irgendwo in den 20ern Jerusalem wird niedergetreten werden bis der Tag der Heiden erfüllt ist und das ist es noch nicht zumal wenn man weiß dass Peres 1993 mit den Oslo Verträgen dem Vatikan 60% von Jerusalem überschrieben hat also wer geht Jerusalem Nein nicht die Juden Rom Rom regiert überall so das war's ich danke fürs zuhören zuschauen kommentieren Daumen hoch weiter verteilen ladet das Video hoch wo ihr wollt verteilt über Facebook Twitter was auch irgendwo überall dass Leute davon lernen können das Buch kann man sich gratis immer wieder runterladen ich werde sehen dass ich den Link mit in die Beschreibungsbox reintue und dann könnt ihr euch das Buch mit runterladen könnt ihr mitlesen oder ihr könnt es für euch selbst lesen wenn ich das Buch nicht lesen werde offiziell werden wir dann sehen bis zum nächsten mal Jörg von Joggle 66 Stunden der Wahrheit sagt möge Gott euch behüten und beschützen und segnen bis zum nächsten mal tschüss Woe unto them that seek deep To hide their counsel from the Lord And their works are in the dark And they say Who seeth us And who knoweth us So many think God does not see their sin Woe to those who think they can hide from him God is grieving He knows and he knows and he's seen Isaiah 29 verse 15 Woe unto them that seek deep To hide their counsel from the Lord To hide their counsel from the Lord And their works are in the dark And their works are in the dark And they say Who seeth us And who knoweth us And who knoweth us Thank you Walk in the wondrous Walk in the light Don't try to hide from the Lord Woe unto them that seek deep To hide their counsel from the Lord And their works are in the dark And they say who seeeth us, and who knoweth us.